Nachdem Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, können Sie diese mit einem Doppelklick starten. Die Sicherheitswarnung können Sie akzeptieren und auf Ausführen klicken. Danach wird die Installation entpackt. Anschließend startet der Installationsassistent. Den Begrüßungsbildschirm können Sie mit Weiter bestätigen. Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen der Standard- und der benutzerdefinierten Installation zu wählen. Wir wählen die benutzerdefinierte Installation und klicken auf Weiter. Hier kann das Zielverzeichnis gewählt werden. Es empfiehlt sich das vorgegebene Zielverzeichnis beizubehalten und den Dialog mit Weiter zu bestätigen. Hier kann ausgewählt werden, welche Verknüpfungen erstellt werden sollen. Dies ist jedem Benutzer selbst überlassen. Hier wähle ich nur den Schnellstart und klicke wieder auf Weiter. Es wird noch einmal eine kurze Zusammenfassung angezeigt. Anschließend können Sie mit Klick auf Installieren die Installation starten. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie noch wählen, ob Sie Firefox jetzt direkt starten wollen, wollen Sie das nicht deaktivieren, zieht dieses Kontrollkästchen und klicken auf Fertigstellen. Firefox ist nun installiert und kann verwendet werden. Ich habe das nicht geplant. Ich habe das nicht geplant. Ich habe das nicht geplant. Vielen Dank.